Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Matchmaking. Ich hoffe, dass die Mates heute sprechen. Oh, Win. Brauche ich auch nicht zu sagen. Hört sich absolut vorzüglich an. Also außer Blau, der ja pullt noch im Arsch. Aber sonst läuft's. Ey, B-Entry. Oh, der hat einen Header. Door is low. Uh, er hat noch drei HP. Und da ist der Assist drin und der Win. Sehr, sehr schön. Fängt gut an. So kann's gerne bis zum Ende durchlaufen. Heute ist übrigens wieder Livestream. Nicht vergessen, 18 Uhr geht's los. Also jetzt gleich. Link steht in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar. Ich geh jetzt erstmal runter. Ah, er flasht sich vor. Ja gut, dann geh ich mit. Sag doch was, sagt der Rock. Moller Window. B-Looks good, guys. Ah jo, clear, komplett. Ich pack's nicht. Die haben A gesteckt. Ach, Jungs, macht ihr das? Ich seh's schon, komme. Ich seh's, komme. Ich muss nix machen. Komm, ich gehäme. Ah jo. Eine weitere Runde. Ich smoke. Smoking City. I'm flashing City now. Flash, flash. Ist die Aker? Wo ist der gestorben? Ah, der nimmt's ja sehr gut. Ja, soweit sind wir, denke ich, abgesichert. Ich geh mal runter. Shot is coming. Shut down. Wölfe, uh. Es muss genauso im Stream laufen. Einfach genauso. Ich weiß, dann arbeite ich mehr und bin viel unkonzentrierter. Aber trotzdem. Wow, das ist ja keine Leiche. Oh mein Gott. Ich war fest davon überzeugt, dass das eine Leiche ist. Keine Ahnung, aus welchem Grund. Window. He's still a window. Nice, he's down. Window out. He's on spot now. Nice, nice. What is happening? Ich weiß auch nicht, äh, Falcon. Ich hab kurz noch Schiss gehabt mit das 2 und so weiter, aber es läuft. Wir haben den absolut krassen Plan. Wir gehen A lang. Mit Schmack, jetzt haben wir gesagt. Durch, durch, du, 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 du. Ich weiß, es ist irgendwie, irgendwie ist es schwer durchzugehen. Gerade wenn man halt Feinde sieht. Man will stehen bleiben und dann doch erstmal draufballern. Calm down. Oh, ich bin full. One up, mate. Try to pan, Blue. You got the bomb. Sehr gut. Er geht drauf. Nice. Short too. Jetzt fallen gerade alle. Nice. Ah, Long war auch einer. Aber trotzdem eine gute, äh, Eco. So, und jetzt raffen wir uns zusammen. Und hast dann rein. Maybe one car. Try to molly car. Yep, car. Car down. Ich bleib kurz bei der Bombe. Ich hab schießt, dass hier direkt einer in der Smoke diffusen will. B ist er. Alles klar. Das ist so geil, man. Also so mit dem Team vorzüglich. Das nächste YouTube-Give-Away wird übrigens diese Woche starten. Ich suche wieder was Schönes für euch raus. Das kriegt aber sein eigenes Video wieder halt mit der Ansage, ne? Was es gibt und so weiter. Wie es funktioniert, bla bla bla. Wobei ihr eigentlich wisst, wie es geht. Aber die Ansage muss halt immer und immer wieder für die neuen Leute raus. Weil bei jedem Give-Away neue Leute rankommen. Beziehungsweise das von neuen Leuten gesehen wird. Und da müssen wir halt einfach durch. Für mich ist es auch nichts mehr Neues, das immer und immer und immer wieder zu sagen. Short is molly. I gonna fly short. He's half HP on short. Komm schon, komm schon. Alter, wo ist der half HP, Boy? Da ist er. Ganz am Schluss. Ey, ich hab hier absolute Schwitzer. Habt ihr das gesehen? Die sind beide on spot. Ich hol jetzt locker einen mit der IOP weg, oder? Oh, beide. Nice. Achtung, 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 Mate. Oh, bitte lass mich durch. Dankeschön. Plant and fall on. That must go out. Und sie facen voll rein. Bum, 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 bum. Geil. Mann. P90 rush lang. Every rain. That's the spirit. Hey, das war meiner. Avalon. Ich wollte den mit P90 ausbremsen. I'm a lading shot. Alter, ich hab ihn nur mit der Nade gekillt? What? Was ist denn das gerade für ein Gemetzel? So ein paar gut gezielte P90-Runden sind überhaupt kein Unding, würde ich sagen. Da kann man richtig schön was holen. Magic haut auch mit der P90 schon rein. Ich glaube, die ersten paar Runden haben ihnen richtig wehgetan. Also wir haben sie so hart zerdrückt, dass sie vielleicht ihren Spirit Instant verloren haben. Ich weiß es nicht, aber es scheint so. Okay, die haben einen Bot. What? Gucken wir einfach mal, was so Richtung B abgeht. Ich versuche reinzugehen. Oh, er ist nicht da. Er ist geflohen. What the fuck? Wo ist denn die P90 jetzt hin? Ah, da. Oh, nice, nice, nice. Es gibt aber auch wieder nicht viele Punkte natürlich, ne? Für den Rank. Kann ich vielleicht auch noch einen Toten machen, ganz kurz. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Kann ich noch einen haben? Ich habe jetzt, ich habe sieben Kills. Okay. Zwei Assist, 26 Punkte. Da haben wir die Hälfte des Spiels schon erreicht und es ist nicht allzu viel passiert. Jetzt verlieren wir. Jetzt liegen wir so auf die Schnauze. Jetzt fahren sie zur absoluter Höchstleistung auf. Ich will. Nein. Da machen wir jetzt gerade hier Eko um Eko. Okay, gut. Die Grand. Ich drücke jetzt so einen kleinen Klick mit Ansage rein. Oder auch nicht. Schnell, komm zurück, Kollege. Ich habe den. Schnell. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no. Oh, comeback time. Also, einer hat gekauft. Keiner weiß so genau, was wir jetzt machen. Down. Another one is coming. Bomb, Elan. He's down. Bomb is on. Elan. Nading mid. Oh, he's through. Okay. Oh. Jetzt müssen wir aber einklotzen. Komm schon. Alter, was passiert hier gerade? Oh, nein. Oh. 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 Wir rushen jetzt B durch mit der absolut geilen neuen Pinede. Vielen Dank nochmal, Saikus. Wow. He's down. Saikusa, diese P90 hat mir gedient. Und zwar gut. Der andere ist da bestimmt long und kommt gleich City runter, oder? Ah, ne. Nice. Der Falcon drückt bei denen echt richtig rein. Er hat auch viel mehr Kills. Er hat mit den beiden Bots immer wieder gespielt. Und hat eigentlich deutlich mehr. Ich denke, er hat jetzt schon so 25 oder vielleicht sogar 30. Also, das ist bei denen der absolute Pressboy. Der Rest geht. Wir haben bei uns eine echt homogene Verteilung. Das sehe ich sonst nicht so oft. Flash mit. Batsch. Bitteschön, Ragnar. Easy Flash. Flash es ist. Ah. T-spawn immer noch. Nice. Ich hab... Surrender, please. It's coming out of hand. Ich hab schon lange nicht mehr so ein lustiges Spiel gehabt. Die Mates sind wirklich richtig zuckrig. Das sind so Jungs, mit denen könnte man sich so eine Truppe mit Dödeln aufbauen. Bisschen so ein bisschen Vanossgaming-mäßig oder Fitz-mäßig oder so in die Richtung. B-Unspot. Money on B. Nate on B. Ah. Woo. Are we really losing this? No, no, no. Alter, der Lauf muss ich mal was G'scheites holen. Der Spieler ist nicht im Ernst mit MP, wo es so knapp wird. Verrikte. Überall verrikte. Flash on a long. Long down. Long. Another one. Two. One is low HP on long with Bomb. I think he's coming. Er hat noch 17 HP. One is still low HP. Nice. Go, go, go. Nice. Ich hätte das echt keinen Bock gehabt, das noch zu verlieren. Mit 3. Sorry. Alter, ich hab den Mate ultra runtergeschossen. Shit. Aber er hat sich auch vor mich gestellt. Ich war grad dabei, den Triple Kill zu machen. Ist long vielleicht noch ein kleiner Knödel. Ach, der ist wieder am Spawn hinten. Ein sehr schönes Spiel. So muss es auch im Stream laufen. Ich weiß, da bin ich etwas unfokussierter. Aber trotzdem. Trotzdem. Vergesst dann nicht, heute in den Stream zu gehen. Um 18 Uhr geht's los. Ich freu mich auf euch. Also eigentlich jetzt schon gleich. Vielen Dank für die Kommentare. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Hau doch endlich rein. Äh, Küsschen. 간ziek. Growth complete. Res судem. Na ja. Aufmerksam. winge. Wir. 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 Wir.